Sie haben jetzt die Frage, ob Sie sich becoachen möchten. Jetzt möchte ich mich becoachen. Aber wenn ich eine Möglichkeit habe, dann werde ich nicht becoachen. Ja, aber Ihr Englisch ist okay. Es ist genug für die Semination. Ich spreche in Englisch, so ich weiß, wer ist. Es ist auch ein Problem. Es ist auch ein Problem. Natürlich gibt es einige Fehler. Aber es ist möglich, zu arbeiten. Denn es ist wichtig. Es ist persönlich. Es ist ein Bewegung. Es ist ein Bewegung. Es ist ein Bewegung. Es ist ein Bewegung. Aber wir können arbeiten. Es ist eine große Herausforderung. So, wenn Sie möchten. Also Sie wissen, was es ist. Wir sollen etwas überwőttes. Und zum Beispiel die Eich-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Ich denke, wir haben vielleicht einen Film in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Vielleicht haben wir einen Championship, vielleicht jemanden. Ich glaube nicht. Ich habe diesen Job für 23 Jahre gearbeitet. Ich bin alle. Wir hatten einen von den Fremden. Ich weiß nicht. Es ist sehr wichtig. Es ist ein guter Punkt. Ich kann euch sagen, dass wir auch ein Olympischen Champion haben. Sein Trainer hat permanent diskutiert. Er hat eine große Herausforderung. Es ist sehr wichtig. Im Nachissen! Vielen Dank.